hallo willkommen bei mofan we are mein name ist mo tenzen und ich werfe mal einen blick auf star blood arena so ist glaube vor zwei drei wochen erschienen tatsächlich hat er mich gar nicht so angezeigt ich weiß auch nicht warum irgendwie ich fand es nicht so spannend ich habe mir gedacht zwischen den glitzernden sternen und welten liegen kreaturen in der gesamten galaxis in einem ewigen kampf ums überleben um die vorherrschaft und um die chance ich gegenseitig den hintern zu versorgen für credits und preise willkommen zu starblatt arena genau und man kann sich immer überzeugen lassen und zu bringen und abzuschlachten nur zu unterhaltung also so ich dachte ich mach mal feierabend ich suche nämlich hängt ihr ein gegner am heck dann mache ich eine scharfe biegung ich habe nämlich irgendwas gesucht um den soundbissen runter zu regeln erster eindruck ist aber tatsächlich sehr klasse also ihr wisst ja ich habe einen playstation pro und sieht alles hier sehr scharf und eigentlich auch ganz cool aus also gerade das environment was anders da hinten sieht sogar ein zacken besser aus als bei we are invaders oder so und ich mag es auch immer wenn es alles eine klinik saubere optik ist keine ahnung rox nie gesehen hey du da was machst du hier runter von unserem schiff vielleicht ist das der neue flugkoordinator den wir eingestellt haben warte was ist mit dem alten passiert hast du ihn durch die luftschleuse geschickt im ernst du sagtest er würde sich negativ auf unsere einschaltquoten auswärmung weil er eine art strunzbilder pilot sei das klingt tatsächlich nach mir du es warst hey frischfleisch willkommen zur show ich bin crocs und dieser glänzende schluck wasser hier ist jerry schreizend dein job ist ganz einfach kämpfe in der arena verschafft uns gute quoten und meide die luftschleuse kinderspiel erst einmal solltest du es mit unserem training simulator probieren natürlich spielen ja werde ich gleich machen ich wollte erst mal hier alles in ruhe betrachten tatsächlich obwohl das ein comic stil ist also gerade die jungs hier auf ihrem sofa die sehen ja sehr comic mäßig aus erstaunlicherweise ist aber das environment hier eigentlich relativ realistisch guckt euch mal bitte hier diese drohne an die ist tatsächlich wunderbar texturiert also ein schönes shading mit so einem metallischen abwetzungen oder auch dieser monitor da oben der sieht einfach mal cool aus so wenn man da rangeht merkt man die textur ist nicht die allerschärfste aber die optik ist eigentlich sehr cool und vor allen dingen auch wenn ich nach hinten gucke die entfernte wand von diesem gebäude hier kann ich immer noch gut und scharfe kennen die planeten draußen also macht einen guten eindruck irgendwie rein technisch ist hier nichts zu meckern gucken wir mal gucken wir mal wie es sich spielt genau ich habe immer noch keinen knopf gefunden mit dem ich die lautstärke reduzieren können also hoffe ich das hält sich auf einem level wo ihr mich auch noch hören können so dieses umgeschaltet ständig von einem zum anderen plattform menü also was ein bisschen nervig systeme online sieh mal an wenn das nicht das frischfleisch ist ich grüße dich pilot willkommen zum bernertutorial von starboard arena wir nennen alle unsere neuen piloten bernert weil sie die meiste zeit in brennenden wracks verbringen also setz dich hin und mach es dir bequem position so also ich hier schon mal der massive unterschied zu ev ev ist ja auf der unreal engine spieler auf der playstation auch auf der pro sind immer von der auflösung so ein bisschen runter gefahren und das hier sieht gut aus sieht sehr gut aus alles sehr sehr scharf das ist cool der effekt dass man hier einen körper besitzt hat sich leider schon so ein bisschen abgenutzt wenn man jetzt fast ein halbes jahr gespielt hat aber ich mag es immer noch sehr gerne gut ist man wenn ich in tricker drücke drückt auch die figuren tricker ich mag es immer noch sehr gerne wenn sowas hier passiert also ich drücke die sticks und mein virtueller körper drückt auch die stick so was muss ich tun hat mir das jemand gesagt cockpit position wieder einnehmen halte option achso was ich mach ich mal zack wir fangen an mit tutorial eins sicherheitssysteme überprüfe zuerst die sicherheit willst du mich veräppeln gehen wir gleich als eingemachte wie wäre es mit tutorial sieben fortbewegung das ist schon besser verwende den linken steck um den chef die relative xz-achse zu übertragen das war einfach jetzt beschleunigen wir entlang der relativen y-achse muss ich das jetzt alles einzeln machen wenigstens sehen wir mal die rückwand die fortbewegung hast du kapiert einige sind nur drohköpfige charaktische spezies sind mit den konzepten oben und unten überfordert dein schiff kann ihre eigenwilligen visuellen versionen ausgleichen heutzutage hält sich jeder für einzigartig ähnere neigungsrichtung in den option option öffnen schließen was ich gerade witzig finde ich hänge jetzt hier so schräg in der luft und weiß tatsächlich nicht l3 flieg für die nächste lektion in dieses teleportationsfeld ich will wieder gerade sein das nehmt ein bisschen hoch runter habe ich irgendwas verpasst offensichtlich das ist merkwürdig na gut ich flieg jetzt da rein aufwachen sie sind wieder da wie soll ich denn da wach bleiben die letzte explosion ist schon mindestens 30 sekunden her dann springen wir doch gleich zu tutorial 12 waffensysteme ein fadenkreuz steuerst du mit deinem kopf sie die dronen einfach an zu aktivieren der 2 alter nicht schlecht dein schiff besitzt auch ein sekundäres waffensystem ich habe die auch noch in die luft die haltet dann los was geht sonst noch ok bis zum tod also nein dein schiff hat daneben noch ein lenkraketensystem dann mal feuer frei sieh dein ziel einige sekunden lang an um es anzuvisieren ich sehe es einige sekunden lang ok das hui das ist aber ja muss man auch gucken ach ja minen leg minen um tödliche springfallen zu schaffen kaboom ha 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 ok pilot dein schweres waffensystem ist fast aufgeladen verursache noch ein wenig mehr schaden um es voll zu laden ja er zwei noch ein klopf schön ja los ab dafür ok weinst du etwa ja hab nur was in meinen augen stielen gar nicht mal übel frischfleisch vielleicht hast du doch etwas potenzial das gelang erfasst camp auf die band crocs ach die hatten mich mit explosionen weich gekocht falls es dir noch nicht aufgefallen ist dein fadenreiz zeigt den aktuellen status deines schiffs an die rechten die linken weiten zeigen schwere munition und raketen der untere balken zeigt den aktuellen schilde oh 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 das ist das ist die schmerzen die 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 Ist einer übrig geblieben? Joa, können wir machen. Kämpf! Und Roms, wie ein Profi, Jungspurt, wie ein Profi. Du weißt doch nicht. Wie, auf der einfachsten Suche. Mir doch egal, Spaßbremse. Abschuss ist Abschuss. Ja, ich weiß nicht, was es noch groß zu lange gibt. Da, einen letzten Trick gibt es noch. Erzähl ihm von der Rolle. Ah ja, du kannst dein Schiff rollen, um deine Sicht neu auszurichten. Das suche ich die ganze Zeit. Wie jetzt? Check ich nicht. Achso, L1 und L1 gedrückt halten. Oh Gott, Doppelbelegung, das mag ja jeder. Na gut, aber das habe ich tatsächlich jetzt gesucht. Schleuse. Erobere die Arena. Flieg mit deinem Schiff einfach zur Schleuse. Schleuse. Ganz schon kaputt hier. Was ist jetzt los? Ich bin zur Schleuse geflogen. Und es wird dunkel. Na gut. Ja, das macht tatsächlich einen sehr guten Eindruck bisher. Ich... Rückwärts fliegst du nur mit 70% deiner Normalgeschwindigkeit. Tatsächlich ganz anders als Ivalcure. Hier ist alles kristallklar. Das ist ein ganz schöner Pluspunkt. Das ist schon sehr angenehm. Wo man in VR... In einer... 5 Minuten Leute! 5 Minuten! 5 Minuten! Kristallclan... Crew... Anpassen. Ich kann... unterschiedliche Camper wählen. Bitte. Wie gesagt, das ist ein leichter Comiclook, aber die Qualität ist extrem eindrund. Also, hier diese kleinen Knaben. Sehen unglaublich detailliert und cool aus. Wer wollen wir denn mal sein? Hier... Mr. Knochen Cop? Nee. Nee. Ich glaube wir sind einfach die junge Dame und fertig zurück und jetzt geht es eigentlich los jetzt spielen wir gewertet teste deine Fähigkeiten gegen den Rest der Galaxie privates Einzelspieler wir machen erst mal Einzelspieler, ganz in Ruhe. Schon wieder Tutorial? Gefecht, Burn, Burn ist gut, also ich wäre dann soweit Irgendwie von der Skalierung her, das ist ein bisschen engartig, also alles wirkt so wie eine Welt die halb so groß ist wie die realistische Welt Also wir sind eigentümlich, dass in dem Raumschiff eben drin sitzen wirkt aber im Verhältnis zu meinem Körper korrekt Nur im Menü ist man immer in so einem 50% Größe Modus Team Bluebird! Eliminiere das feindliche Team! Na los! Systeme online Die Windschutzscheibe ist echt ziemlich eklig Ah, ein Nashlader Die Wind sind so stark Schuss, Schuss, Schuss Schuss, Schuss, Schuss Schuss, Schuss, Schuss Ich kann ja noch nicht so wirklich die Karriere Aber Ich kann ja noch nicht so wirklich die Karriere Schuss, Schuss, Schuss Aber Wow Du willst mich ver-gag-eiern, oder? Verschwinde! Gag-eiern Was ist das so? Okay Oh ne bitte, hier gehts aber gleich zur Sache, ey Wie erwartet habe ich die Hälfte der Knopfbelegung bekennen Ich weiß auch nicht was wir irgendwo hier sehen können Ich sag mal nicht mal auf Genau was der Arte verschrieben hat Was denn ganz gute Taktik ist glaube ich Das hinter sich Monikion Äh Wenn er niemand verfolgt Das ist eigentlich ganz schön Das hat Evalkyr auch Bei Heineken Kompfschuppen als Feature Aber Das ist Schiene und Esche Ich glaube ich bin durch Ich muss nochmal runter Das geht mir ehrlich gesagt Wollenkix 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 Du willst mich eingegangen oder Verschwinde Folgt man sich ja schon wieder auf schöne Sendles Irgendeine Stimme wird jetzt immer sagen Du willst mich showers An Ah Und Nonliner sind gar nicht 90 Jahre, stadium Aber hält So, ihr merkt schon, ich bin jetzt buchstäblich sprachlos. So, hier geht es nämlich ganz schön zur Sache und wenn man das das erste Mal macht, ist das kein Zuckerschlecken. Das hilft jetzt auch nicht, dass... bis getroffen wird! ob die Sichtschwarz-Weiß sich zu bestimmen kann man eigentlich gar nicht mehr wirken. So, aber auch beim Spielen. So, das war's augensichtlich. Puh. Und der beste Spieler heute ist... Gundot! Na ja, schon mein Schild. Man bekommt mit der Zeit Items und kann sich das Schiff dann auch ein bisschen ausrüsten. Ich hoffe, dass das verbessert einen dann auch mit der Zeit. Ich hab's nicht auf dem ersten Platz geschafft. Also, noch nicht mein Fall. Das ist halt ein bisschen von dem Drumherum. Also, keine Ahnung. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich könnte mit so ein bisschen ernsthafteren Sci-Fi eigentlich gut auskommen. Ich brauche jetzt diese ganzen abgedrehten Figuren und so nicht. Und tatsächlich, die Mucke hat mich auch eben genervt. So, Jabba-Dabba-Gitarrenmusik irgendwie. Boah. Brauche ich auch nicht. 5 Minuten Pause. Ich gehe mal zurück. Los meine Maske! Lona! Crew erstellen. Blablabla. Und würde sagen, für den ersten Test belassen wir uns mal heute dabei. Das gucken wir uns aber noch mal weiter in Ruhe an. Also, wie gesagt, ich bin... Das nervt doch nicht von der Technik sehr beeindruckend. Das sieht wirklich fantastisch aus auf der PlayStation Pro. Vom Spielen her muss ich aber auch mal gucken, ob das so mein Ding werden könnte. Bin ich mir gar nicht so sicher. Soll ich jetzt mal ein Gefecht machen? Ne. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ich glaube, wir sind auch schon 20 Minuten dabei. Wie gesagt, das war Starblood Arena. Erster grober Eindruck. Ich mag ja die nüchterne Sci-Fi-Umgebung von Rix. Ist eher mein Geschmack. Technisch muss ich aber sagen, irgendwie kann Starblood Arena dem ein gutes Wasser reichen. Was jetzt spielerisch los ist, muss man noch mal gucken. Tatsächlich ist nämlich bei Rix, zumindest für mich, die Steuerung noch so ein bisschen der Sand im Getriebe gewesen. Also irgendwie hatte ich Probleme bei Rix so richtig den Spaß zu entwickeln. Weil mir immer der Flow fehlte. Irgendwo fand ich die Steuerung sehr hakelig. Ich habe es auch noch nicht wahnsinnig viel gespielt, aber ich habe nicht versucht durch den Singleplayer zu hacken. Und da hatte ich wirklich wahnsinnig frustrierende Momente, muss ich gestehen. Und das ist jetzt die Frage, ob das hier besser ist. Hier macht das auf mich auch einen sehr, sehr hektischen Eindruck. Man hat halt eine relativ begrenzte Arena und eiert dann da rum. Wäre jetzt mal interessant, wie sich das anfühlt, wenn man gegen echte Menschen spielt. Das werde ich sicher auch mal tun. Aber wie gesagt, für heute machen wir erstmal Schluss. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und diese ganzen Geschichten, wenn euch das gefällt. Und schaut mal bei meinen Kollegen von den VR-Nerds vorbei. Link ist in der Beschreibung. Ja, wir sehen uns. Das war Motensen. Bis dann.